Hallo, ich bin die Silvia. Hallo, ich bin die Tina. Wir befinden uns hier auf dem wundervollen Verkehrsübungsplatz in Mettmann, auf dem ihr ja schon die eine oder andere Sache geübt habt, wie zum Beispiel Einparken, Ampelsituationen und am Berg anfahren. Und da wir Freunde von Autos und Pferden sind und ihr ja bald den Führerschein macht, möchten wir euch mit diesem Film helfen. Auf geht's! Oh, zu geringer Abstand. Ah, super, weiter Abstand. Ja! Äh, was soll das hier? Immer so ein Mist hier! Ah, toller Autofahrer, der hält sich genau richtig. Wir hoffen, unser Video hat euch gefallen. Denkt dran, wenn euch im Straßenverkehr ein Pferd begegnet, fünf Meter dahinter Abstand halten und zwei Meter zur Seite und bitte nicht hupen. Vielleicht lernt ihr das in der Fahrschule etwas anders. Wir hoffen, wir können euch ein wenig helfen.